Ja, herzlich willkommen zurück zu einer Aktualisierung. Oh, das war wieder ein Wortwitz. Meine Fresse. Fängt flach an. Wir beginnen schwach und... Ne, wie war das? Ich hab schwach angefangen und stark nachgelassen. Ja, ähm... Ja. Wir sind da da. Erstmal wieder Nacht, natürlich. Wir haben ein paar Aktualisierungen. Womit wollen wir anfangen? Wir haben versprochen, erst dann mit Mo. Genau. Das hatten wir in der letzten Folge ja versprochen, dass wir da... Es hat ein bisschen länger gedauert. Wir mussten noch ein bisschen Material wieder beschaffen, Farben herstellen. Haben wir da jetzt in der Zwischenzeit gemacht. Es war... Ja, wir haben hier, äh, also... Eine Testhütte für Farben. Genau, genau. Ist nix zum drin wohnen, ist nur zum gucken. Haben wir uns mal gedacht, wenn wir die Farben mal zu testen, wie es an der Wand aussieht. Wie man es von hier schon sieht, Mo ist kein Baby mehr, sondern ein Juvenile. Juvenile, Juvenile, ein Jugendlicher. Und ein bisschen gewachsen ist er auch. Ja. Hat schon Raptor-Größe bald, ne? Ja, 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 bald hat er, bald hat er Papa... Oh, jetzt kam er aber so ganz abgehakt bei mir an. Ich hab gesagt, bald hat er Papa eingeholt. Ja. Aber er hat immer noch die, die, äh, Drogen auch. Hat er noch genug zu fressen? Mal gucken. Ja, ja, ein wenig ist noch drin. Gut. Ne, ich guck mir nur mal rein, dass nicht das plötzlich... Bei unserer ganzen Sammelleidenschaften vergisst man das, was er gerne macht. So, der ist, äh, bald bei 20%. Huch, und da ist das nicht laut. Entschuldigung. Ja, der Kleine frisst jetzt also auch aus dem Trog. Der ist also über 10%. Und zwar, 10% von Weight wären 31,80 und da sind wir schon drüber weg. Und ab den ominösen 10% fressen die Tiere halt selbstständig aus dem Futtertrog. So, das war das erste... Achso, ja, äh, das zweite sieht man hier schon. Wozu hat sich noch ein Hänge kleidet. Jetzt dreht er sich weg. Ich mach mal kurz Licht an. Jetzt sieht man noch... Ja, doch, ein bisschen sieht man. Ein, ein dezentes, äh, ja, Navy soll es eigentlich sein, ist aber eher Laila. Ja, aber ich find's trotzdem nicht schlecht, also. So, sowieso, Laila macht geiler, weiß doch jeder. So, das war... Ah, ah, ah. So. Mein, Tür zu machen. Ja, richtig. Harakiri hat gelevelt, das, äh, mach ich mir schon wieder. Äh, kriegt er nochmal auf Speed, da. So, äh, wir haben eine Farbkiste, da haben wir Farben hergestellt. Die hatten wir letztes Mal schon. Achso, ja, okay. Aber wir haben uns natürlich noch für andere Materialien, da wir wieder ein bisschen sammeln mussten, und während einer sich um den Dino gekümmert hat, zum Füttern... Silica Pearls, sieht man, ist, äh, voll bis oben hin. Ja, war der andere ein bisschen auf Beutezug immer. Sparks Powder? Voll bis oben hin. Basur, weil er ein besserer Taucher ist, hat dann mal den Tauchgang gemacht, nach Silica Pearls und sowas. Ja, die jetzt alle auch schon weg sind, aber ihr erfahrt gleich, warum. Ich bin während meiner Schicht noch ein bisschen, äh, in die Berge geflogen, hat noch ein bisschen mit einem Obsidian besorgt und sowas. Man hat die Zeit halt sinnvoll genutzt, wenn einer auf dem Dino aufgepasst hat, hat er dann halt mal kurz. So, Hotze, die Sonne geht auf, möchtest du dein Werk zeigen? Ja, weiß ich nicht, wie viel man sieht jetzt noch in den, in der Morgendimmerung. Ihr seht, die Flagge, die bei Zoomer einmal hingeklatscht hat, habe ich jetzt auch farblich. Ja, in, äh, Sky und in, äh, Navy. Mhm. Ist doch hier Sky, ne? Sieht aus wie weiß. Ja, ich, keine Ahnung, also die Farben sind, ja, ich weiß. Ja, und hier drin halt ein bisschen den Boden, habe ich mit schwarz eingepinselt, sieht jetzt auch nicht, ich habe es mir ein bisschen dunkler vorgestellt, eigentlich, dass das kommen sollte, also. Und die Wände halt unten Navy, oben Sky. So ein klein bisschen Kontrast. Fällt jetzt oben nicht so sehr auf, finde ich, aber gut. Nee, nicht schön ganz so, aber, äh, muss ja nicht immer auffallen, hauptsächlich auch. Ja, also mir, mir gefällt soweit schon mal, also. Es ist natürlich ein bisschen karg, also die Einrichtung fehlt noch. Achso, falls ihr euch wundert, ich glaube, das Loch, dazu haben wir noch gar nichts gesagt, oder? Ach ja, äh, ja, das war, das war vor einigen Aufnahmen, ich weiß gar nicht, war das vor einigen Folgen. Ja, da bin ich dann da unten plötzlich in der Zwischendecke gespawnt praktisch. Die wir einbauen mussten, damit man diese Pillar nicht sieht. Und ja, war da unten ein bisschen gefangen und dann musste man so mehr erstmal da ein Hedgeframe reinsetzen und halt die Treppe. So haben wir hier unten, aber so hat man hier so einen kleinen Kellerabteil, so einen kleinen geheimen Raum. War lustig, muss ich sagen. Ja, man ist einfach mal wieder durch die, äh, durch den Boden gerutscht. So, dann gehen wir doch mal rüber schnell zu mir. Meine Farben sollten ja zweitläufig, äh, hinsichtlich bekannt sein. Uah, ich folge. Uah, was ist denn? Hier ist mein Türchen. Und hier ist mein Zuhause. Ja. Mit einem roten Teppich, zumindest angedeutet. Oben rot, unten, äh, was haben wir? Es ist nicht schwarz, sondern, äh, äh, Slate? Slate, also Schiefer oder so ein... Ja, Schiefer und Anthrazit. Und, äh, Balken sind überall in Weiß geginselt. Also gebeizt, oder was auch immer. Aufgehängt. Naja, da es ja, da es ja keine Teppiche gibt, muss ich mir selbst einbasteln. Ja, wir hoffen, dass da immer noch ein bisschen Einrichtung kommt. Achso, ja, und, äh, das Motto von Ark ist auch dabei. Äh, sieht man jetzt schlecht. So, jetzt seht ihr's. Falsches Motto. Ich glaube, ihr lasst das Übersuchs Motto hier, also. Für seine privaten Stunden, wenn er die Tür hier geschlossen hat. Ja, dann kommt die rote, da kommt die rote Rakete. Naja, South Park guckt, weiß, was gemeint ist. So. Das haben wir dann auch abgearbeitet. Und dann, äh, wollen wir hier raus, oder? Mach doch mal die Fackel aus. Ach, Entschuldigung. Ja, hör mal, hier Klimaerwärmung und so, du denkst gar nicht dran, ne? Ja, und hier sind wir so ein bisschen am Vorbereiten. Wir wollen ja noch einen etwas komfortablen Weg nach oben und unten finden. Hotze? Ja? Ich gucke gerade 2.903 Tage mit dir, das reicht mir. Waaah! Mach's gut. So, genau, hier haben wir ja schon vorbereitet. Hier soll unser Aufzug hin. Wir wissen noch nicht genau wie, aber, äh, irgendwie werden wir es hin. Oh! Und wer sich wundert, Godzilla ist leider verstorben. Nein, Spaß, Godzilla ist in der Vordertür. Ja, da wir vorhin ein bisschen mehr, ein bisschen öfter mal auf die Jagd gehen mussten, für Fleisch für den Kleinen. Ja. Haben wir ihn erstmal draußen geparkt, dann werden wir ihn nicht immer raus und rein und rein und rauf. Naja. So, damit ihr es auch glaubt. Da. So, ähm, wir wollen jetzt, sofern jetzt kein Kino-Ei auftaucht. Ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. Ah, hier in der Sonne sieht man jetzt das Blau auch ein bisschen besser, weil hier das Navy. Ja? Ja. Oh ja, sieht man deutlich besser. Schick. Doch gar nicht so hässlich. Nö, 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 ist, 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 kann man nehmen, kann man machen. So, dann wollen wir mal ein bisschen was herstellen. Oin, oin, oin. Eine Sache haben wir schon fertig, um mal zu gucken, wie groß das Ganze wird, damit man so ein bisschen abschätzen kann. Ja, wir haben uns auch erschrocken bei den ganzen Materialien, die da gebraucht werden. Deshalb laufen die Hochöfen auch gerade wieder auf Volltouren. Ja, die haben gerade schon wieder, wir haben ja unsere Metallinsel, haben wir gerade schon wieder gesammelt. Öl auch ein bisschen. Ja, wir sind so ein bisschen auf Produktionskurs gewesen. Das haben wir euch alles erspart, dieses ganze Sammeln und Kloppen und oah. Ja, weil wir haben einen neuen Metal Ingortschrank, der war gerade auch ziemlich gut gefüllt. Jetzt ist er leer. Ja, das liegt alles jetzt hier im Fabrikator. Wie man sieht, die Plattform ist schon fertig von unserem kleinen Elevator. Ein kleiner Fahrstuhl, den wir uns da jetzt versuchen wollen, da mal hinzuklatschen. Ja, den gönnen wir uns mal. Und jetzt muss ich die Elevator-Tracks noch herstellen. Ich gucke aber schnell was. Verdammt, was fehlt denn hier jetzt schon wieder noch drin? Ich kann gerade mal zwei Stück herstellen, irgendwas fehlt hier. Ich kann das nicht genau... Ja, das ist Polymer. Oh nö. Verdammt, das musst du wieder herstellen. Wenn mich nicht alles täuscht, kann ich davon nichts mehr herstellen. Was? Äh, doch, Obsidian. Wer doch nicht... Oh, das... Das... Das Springen, ne? Oh, das ist falsch. Hier. So. Wie viel brauchst du? Äh, ich konnte das nicht genau lesen, bin ich natürlich. Also, da ist plötzlich der Bildschirms-Fan. Was ich auch sehr nett finde manchmal, ey. Also manchmal sind die Menüs etwas... Ich versuche mal, das irgendwie rauszukriegen. Also, ich stelle jetzt gerade mal 50 her. Was ist so ein Laufenthalt? 35 pro Stück. Pro Stück? Ja. Ja, dann können wir wohl bald wieder Obsidian. Wo bin ich? Oh, Gott, der ist höher, halt. Und auch gerade ist gesammelt. Verdammt. Ja. Also, so ein Aufzug ist, muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Ja. Gerade wenn man so hochgehen soll, lieber auf uns. Wir wissen auch nicht mal, ob es reicht. Wir haben erstmal 10 angesetzt. Oh, Mann. Wie war... Kommen wir damit noch hin, oder müssen wir nochmal... Nee, 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 kommen wir nicht mehr. Verdammt. Jetzt fehlt hier schon wieder irgendwas. Cementing Paste. Ah, warte mal, hier habe ich noch was drüben. Ja, wir haben ja vorproduziert. Ja. Obstilien auch mehr. Nur leider haben wir Obsidian ein bisschen unterschätzt, scheinbar. Ja. Ja, dann... Wird aus der Produktionsfolge wohl doch ein kleiner Einkaufsproblem nochmal schnell, oder? Das würde ich so behaupten, ja. Aber wir können ja... Nee, wir können das ja anders machen. Wir können erstmal gucken, wie weit wir damit kommen. Okay, gucken wir mal. Aber ich gehe mal hier von einem Gerät weg, das ist nicht so laut. Ach, ja. Okay. Weil, dann können wir nämlich erstmal schauen. Du kannst ja... Schon mal so... Zwei Stück hat es ja gesagt, hast du schon mal. Ja. Wir können ja schon mal nach unten gehen. Wir können schon mal gucken, wie wir das da unten irgendwie machen können. Ja, warte, ich nehme das mal mit hier alles. So. Das ist mir aber die Treppe. Äh, ich auch. Nochmal runterjumpen muss jetzt nicht sein. Ups. Ach, da. Mann, alter. So, leveln. Was kriegst denn du? Du kriegst Stamina. Ja, und du kriegst nochmal Stamina. Und du kriegst Movement Speed. Und nochmal Movement Speed. Ja. Ah, da ist er heute sicher. Also wie gesagt, ähm, dieser, dieser Track, der, äh, Aufzugs, äh, die Aufzugsführungsschiene, die muss außerhalb der, der Plattform quasi sein. Oh, die ist aber echt mies zu setzen, muss man sagen. Das heißt, die, die müsste, die müsste hier, müsstest du wahrscheinlich von der Seite hier setzen, würde ich sagen. Ja, meinst du es? Ich, ich würd's, äh, hast du zwei Stück, dann gib mir auch mal einen, dass ich mir das auch mal angucken kann. Ich setze zwar nicht, aber. Wart mal kurz, äh. Das finde ich jetzt doch ein bisschen, das könnte kompliziert werden. Ja, wie immer bei uns. Ist doch nichts Neues. Da, da. So, warte mal, Track, Elevator, Track. Ähm, ja. Das, äh, ja. Versteht ihr, was ich meine, ne? Ja. Das könnte sehr kompliziert werden. Uah. Uah, Mann. So. Ist die Frage. Toll, ich kann's, ich kann's anklippen hier an das Teil. Naja, das hab ich auch schon festgestellt. Aber das bringt uns ja relativ wenig. Dass man da aber auch nicht erkannt, erkennen kann, wo's vorne, wo's hinten, ne? Naja, warte mal, die, äh. Äh, ich würd's uns gern einverschwenden, um mal zu gucken, wo sich die Plattform dran klippt. Dass ich einfach mal ein kurz in den Boden stecke. Dann lass, dann lass, dann lass mich, lass mich einfach verschwenden hier. Ja, gut. Ist zwar ein bisschen doof jetzt, aber, äh, gut, ein paar, die Hälfte, die wir da rein kriegen wir wieder, aber. Damit man ungefähr so Vorstellungen hat, weißt du, wie das nicht nachher so, äh, krank klingt. Von welcher Seite und was, weiß ich nicht, also. Äh, ich glaub, dat war, dat ist nicht nur schief, dat ist auch zu weit weg, glaub ich. Müsste von der Seite hier dran gehen, oder? Äh, ja, das klingt sich jetzt von hier aus ran, nur ist jetzt der Pillar im Weg. Wie weit, wie weit würde der denn gehen? Na, ist das schwer zu sagen, im Gras, Alter, das ist doof. Äh, der versinkt hier wieder im Boden. Ich geb ihn dir mal rüber, dann guckst du mal. Alles klar. Du hast da ein bisschen andere Grafik einstellen, vielleicht kannst du das besser aussehen. Ja, ich weiß, mein Grafik ist nicht da. Ja, hin und wieder kommt das und das ist ja ganz gut zu pass. Ja, ja. Ne, guck du mal nach. Äh, so, reinziehen. Ach du meine Güte, da siehst du ja gar nichts. Na. Aber nicht wegen dem Pillar, sondern, äh, das Ding geht in den... Äh. Ja, okay. Ich glaub, er stößt unterirdisch irgendwo in den Pillar dran, also. Ich glaube, dass es generell nicht geht. Müssen wir's auf ne Foundation-Plate setzen? Ich guck jetzt mal generell, wie breit das Teil ist. Ich glaube, dass das reicht nicht. Das hätte noch ein ganzes Stück weiter vorne hingemusst. Ich überlege grad mal so. Wenn wir das an die Seite hier von, von dem, unserem Vorbau hier ballern. Quasi oben ran klicken, weißt du? Hier an den ersten... Hm. Und dann an der Seite und dann hoch. Müsste der nicht oben denn gut ankommen? Nee, du hast, du hast doch gesagt, der ist zwei Plattformen breit. Dann wird er ja oben reingehen, quasi. Weil dann wäre ja hier ja dann auch mittig. Ja, ich weiß, ich weiß ja nicht genau, wo er sich reinklingt. Ob er sich mittig reinklingt oder ob er ein bisschen platz ist. Ja, ja, nee, ist mittig, ist mittig. Das macht er immer mittig. Hm. Wobei... Hier jetzt gerade ist es irgendwie nicht mittig. Ah, das ist aber doof. Hier... Hä? Moment. Moment, 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 Moment. Ich muss mal kurz gucken, wie das aussieht hier. Alter! Ah, doch, doch, warte mal. Doch, ist mittig. Ist mittig. Und von der Größe her... Ja, doch, ist deutlich breiter. Von der Länge her... Von der Länge her... Von der Länge her... Ist schwer abzuschätzen. Ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Ist aber auch blöd gemacht, ey. Aber ich glaube nicht, dass der... Dass der bis... Obwohl, der könnte sogar bis oben. Sollen wir einfach mal... Hier den ganzen... Bau hier abreißen? Oh, echt? Willst du ihn abreißen? Ja, was... Was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Jetzt weiterbauen können wir eh nicht. Ich habe nur die Befürchtung, dass das irgendwie schräg ist. Ich meine, es sieht halbwegs gerade aus, aber... Wie es dann oben ankommt, ist die andere Sache. Ja, aber irgendwie... Wir müssen ja weitermachen jetzt. Oh, cool. So geht es auch. Ja, und das habe ich mir nämlich gedacht. Ähm, du hast doch noch so einen... So einen Elevator-Track, ne? Kannst du den mal hier draufsetzen? Okay. Ja, siehst du, der hätte... So einen halben Meter weiter nach vorne gemusst. Weil jetzt hast du nämlich das Problem, dass du oben... Quasi dieses kleine Stückchen hier... Abstand hast oben, quasi. Oh, der ist doch nur ein Pfund. Na, der ist breiter, ist er, ne? Ja, ja, ist ein bisschen breiter. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Hm. Also hätte wirklich... Zehn Zentimeter weiter nach vorne gemusst. Das ist echt gerade tricky. Und gerade ist es, glaube ich, auch nicht. Aber wie willst du das von unten? Das ist doch... Fast nicht machbar. Deshalb dachte ich ja, die Pillars hier, die wir gesetzt haben, als Fügungsschiene benutzen praktisch. Wie kommt man hier ranklinken? Äh, nur an die Foundation. Nicht an die Pillars an sich, also zumindest... Ja, ja, an die Sealing, meine ich ja. Äh, meine ich, ja, Sealing. Ja, das... Aber wie willst du es dann machen? Das... Das bringt ja dann auch relativ wenig. Weil dann hast du es nämlich genau zur anderen Seite hin. Dann würde er jetzt genau andersrum stehen. Am, äh, Pillar hoch. Ne, ich dachte an die Seite des Pillars. Dann würde er ja... Weißt du, dass ich praktisch jetzt, wenn ich so stehen würde, zur Wand gucken würde. Wenn praktisch hier drüben ranklingt. Ja, aber... Hörste... Der geht ja nur an der Mitte. Da der aber... Zwei Foundations breit ist, würde er hier ein Stück übergucken. Und hier ein Stück übergucken. Und würde... Dann würdest du da oben unter die, äh, Terrasse klopfen. Das geht doch nicht. Naja, wenn er da oben anhält, dann haben wir ja einen Übergang, also... Ich meine, irgendwas muss man sich von den Dingern gedacht haben, dass man die irgendwie anbauen kann. Ja, Fakt ist, wir müssen das Ding hier wieder abreißen und dann müssen Obsidian holen. Ja, dann... Wir haben auch schon wieder 20 Minuten voll, also... Echt? Ja. Kann man mal sehen, wie lange so eine Überlegungstour hier dauert. Ja, definitiv. Also, wir werden dann ein bisschen, ich denke mal, zwischen der Folge ein bisschen Obsidian besorgen. Ja, ein bisschen viel. Wir haben ja Tiervögel. Vielleicht schon ein bisschen rumexperimentieren, wie wir es hinkriegen und dann, äh... Ihr seht ja, das ist doch ein bisschen komplizierter zu dachten. Definitiv. Oh, die haben sogar eine Gewichtskränze. Interessant. Echt? Mhm. Woher warst du das? Komm mal rauf. Und jetzt guck mal zum Start, äh, hier zur Leitstiene. Tatsächlich cool. Kannst mal sehen, wie schwer wir sind. Einmal gut 700, das reicht für zwei Leute, also. So, dann guck mal, wie fett du bist. Du wiehst locker mal eben 25 oder 30 Kilo mehr als ich. 227, 126. Ja, ich hab vielleicht auch ein bisschen mehr im Inventar als du. Ich hab ja auch eben noch hier den, äh, Pillar abgerissen, ne? Ich hab ja auch Stein und Wut noch im Inventar jetzt. Ah ja. Mann, Mann, Mann. Ja, wie gesagt, wir werden's, wir werden's einfach mal irgendwie probieren. Ihr seht auf jeden Fall, was wir jetzt am nächsten Vorhaben, also, mal gucken, vielleicht sind wir schon fertig das nächste Mal. Oder wir, wir haben den Anfang gesetzt und bauen dann zu Ende mit euch. Gucken wir mal. Ja, und wenn nicht, reißt Luke hier alles ab. Ja. Also, in dem Sinne würde ich sagen, bis, äh, morgen. Tschüss. Tschüss.